Wenn ich so überlege, worum es im Leben geht, dann sicher nicht um das, wofür ich lebe. Ich arbeite das ganze Jahr lang, ich brauche fürs Finanzamt, ich frage mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, 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 reif für die Insel, ich bin reif, reif, reif überall. Und ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Und ich wundere mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Wenn ich mal ins Postkasten schaue, wird mir im Magen flau, mein Leben kostet mich mehr, als ich verdiene. Mein ganzer Energie geht ab, für socken die ich gar nicht brauche, für socken ohne die ich sicher glüglicher bin. Ich bin reif, 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 reif für die Insel, ich bin reif, reif, reif überall. Und ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Und ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Und ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Und ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Und ich frage mich, warum ich noch da bin, für so ständig bin ich schon gut bei. Untertitelung des ZDF, 2020